so hier haben wir aufgehört hier machen wir weiter ihr kennt das spiel wir müssen auf alle fälle jetzt hier rüber hüpfen ach jetzt hat man mich besser ist das gibt es auch ja gerade soll die guten stücke ich musste hier doch mannen wir haben ein paar militärum schaubar das haben wir vorhin schon gehabt bzw heute nachmittag im stream du willst runter jetzt haben wir etwas ruhe der auch nicht jetzt sind sie wieder da da ist er alle haben dich lieb waffe leer das gar nicht muss jetzt da jetzt feierabend für euch nichts mit tun ja dann willkommen zum feierabend da ist ja noch einer das läuft mir auch wieder zu wirrisch kommt 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 auch noch die drei komm bei ist so weit weg komm 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 ey never das gibt es gar nicht ja 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 das ist ok dann probieren es doch mal von der seite kommt ihr jetzt hier hoch und den auch und den da drüben das sind zwei drei uhr ich möchte nicht irgendwo muss mir money her holen ach ja kommst du näher doch nicht okay dann haben wir auch da aber jetzt ja haben wir jetzt hier runter so ist das denn die obokern wieder die schmeißen wir wieder raus nachher ja ich weiß nicht was bei pre halten soll ich sehe es halt immer nur irgendwo auftauchen vom namen her das ist gewöhnungsbedürftig da und sie also das ding ist eigentlich mehr so ein verschnitt aus crafting und ja war dann also so zwischen den ja das nächste ist es hat nichts mit dem original play von 2006 zu tun das ist das überhaupt nicht das ist zwei separate genau das das was mir am wenigsten von der ganzen geschichte eigentlich gefällt da ist doch einer ich fand ehrlich gesagt die uhr die idee nicht schlecht schon wegen dass man das köpfkettjäger oder so unterwegs wäre aber ja ist ja schon nicht schlecht wo ist er die sau hallo ist doch eben hier lang um zeigt dich was ist jetzt los viel nicht abgeschützt aber plötzlich auf dem desktop gelandet ich immer gar nicht so wir können mal da oben gucken ach hier war nix genau auch so naja dann spielen halt in der nächsten zeit paar alte spiele durch obwohl ich auch schöne neue horrorspiele habe aber das ist ja keiner mit immer gucken bei mir aufs team ich glaube meine bibliothek ist offen du kannst also über die steam id gucken dann sie mit zwei ich mich raten und so weiter immer gucken ich habe da jede menge drinnen vorschläge gerne du hast hervorragende arbeit geleistet gezeichneter jetzt da die emissionen abgeschaltet sind wir wieder lage sein neue expeditionen durchzuführen so für unbewerbare bereich zu erkunden und außerdem werden wir von die an jetzt ganz besonders preise machen okay handel hat kein geld aber hat eine dicke waffe wieso sind meine handhabung ach so das ist die okay ich hätte gern nie wieder gekauft ökologen spd der speziell für die zone er wird von in den luftfeldes klimatisiert verständnis und elektronisitäten mit gutem schutz gegen strahlung biologische anomalie ist kein kampfanzug und weder google sicher noch splitterfest also unnötig für mich wir haben welche waffe das ist die 68 86 dafür brauchen wir und jetzt auch mal so ein schönes spielchen ich glaube ich habe es als demo nur gesagt auch so psycho durch ihn durch den dunklen gang oder mädel in einem weißen outfit lang mal eben doch für eine sekunde durchgehuscht ist und ich weiß einfach da erstmal nichts passiert aber die spielen halt extrem mit einer psyche her und ich weiß noch dass das biene damals reingekommen ist und hat die hand auf meine schulter gelegt worauf die maus in die rechte zimmer ecke floh ich habe mir die knie am tisch angeschlagen ja ich weiß noch hier vier das war lustig das kann sein war das das ja vier war mit dem kleinen mädchen was hinter dennoch wieder mal auftauchte ja ja wo auch unter anderem dass du dann kopfschmerzen gekriegt hast also in tati wurde simuliert du hast kopfschmerzen oder das bild hat sich verzerrt räume wurden aufgesplitteten monster kam auf dich zu und dann hat plötzlich bist du im buch verschwunden und 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 so eine video jetzt kann ich wissenschaftler werden und tschüss so mein jung hat hunger müsste eigentlich mal so langsam aber sicher müsste ich wird der repariert mir ein bisschen was f6 so sind wir denn daheim ach ja da müssen wir noch mal hin noch mal wir haben das schon die unterlagen gefunden auf steam nur teil zwei und drei 4 1 ist sehr gut teil zwei geht so teil drei ist leider nicht mehr so toll f6 die kiste ist geschmeichert jetzt laufen wir los letzten mal auf du w w w auch wie süß dateigröße 650 mb das spiel ja wie süß so ab ins nächste level wir müssen relativ viel latschen okay von mir aus haben wir wieder hunde hunde und zombies wo die zombies tun er soweit wie acht euro für 56 megabyte spiel als steam code das ist zu teuer das sind billiger hast du bei gtpl geguckt alle Eits! Aua! 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 ich hab schon wieder geschossen 19.57 jetzt sind die alle wieder da das sieht bestimmt weg was ist das denn und zeigt games planet auch neun euro da sind wir weg hallo sunny kommen denn die plötzlich her so können wir doch mal gucken was wir noch im inventar haben ist die selbe waffe nimm die oder nimm die die so wo ist da ne kerl da da ist bestimmt noch was drin nö die schmeißen mit ja ach mal na wo ist der andere da hinten stehst du was haben die für eine schicke waffe ja die ist aber nicht ganz so genau wie weil da 123 haben wir schon um und wir gehen jetzt im dunkeln hier weiter alles weg nein 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 sehr schön da vorne ist ich auch hallo hehehehe Entschuldigung wusstet denn einer sehr schön schön versteckt links in die richtung ist noch einer aber den sehe ich so nicht was war wo ist er wo ist er ah telefon es hat wieder alles auf laut so rick 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 eigentlich ganz kurz ganz kurz damit ich nämlich was sehe ne ja nicht viel mehr Links, da links hustet einer. Ich glaube, ich gehe da doch nochmal hin. Stalker im Dunkeln. Ja. Soll ich heller machen? Dann gehe ich neun Stunden schlafen, weil wir haben äh laut Stalker 20.53. Neun Stunden Schlaf ist neun Stunden um sechs. Oh, Pärnchen. Alter, was geht hier? Genau, Alter, was geht hier? Dein Telefon, Razer. Kannst da hinten weiterschießen, wie du willst. Oh, relativ nah. Hm. Da. Wir sehen so nicht. Okay. Dann laufen wir da lang weiter. Da oben? Oben oder da hinten? Gucken wir nochmal. Ah, die alte Stelle. Okay. Das war die. Noch eine. Boah, nicht der schon wieder. Aua. Aua. Oh, oh. Da. Oh. Der ist wieder weglaufen. Hihi. Der hat mich auch nicht gesehen. Da, da. Oh, da. Okay, den haben wir. Der hat mich auch nicht gesehen, der hat mich auch nicht gesehen, der hat mich auch nicht erinnert. Das war alles? Nee, ich muss einfach nur sagen, welcher Bildschirm der erste ist. Oder so. Der Hauptbildschirm ist. Einmal umstellen. System startet bei mir auch auf zwei und wenn dann alles hochgefahren ist, dann sei eben halt der Hauptbildschirm. Genau, genau. So. Oh, nicht die zwei. Ich hasse diese auf dem Boden rumkriechende Viecher. Ich habe ja sonst kein Problem, aber wegen denen verliere ich immer ein Schwarz-Munition. Genau. Macht ihr die dahinter fertig. Warte, ich bin raus. Die sind süß. Die sind süß. Nein. Boah. Deswegen nein. Ja, für Razor scheint es arg dunkel zu sein. Hey, yo. Uiuiui. Was ist denn jetzt schon wieder? Boah. 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 Oh, das erste Mal, dass so ein Vieh hier kam. An der Seite. Nice. Äh, nein. Razer macht wieder Mucke. Komm, ich mach mal die Taschenlampe jetzt an. Hier ist ja gar nichts, wo man hier anläuft. Ich muss hier rein. Ich hab jetzt nie Standbild. Du hast Standbild? Uh. Ach so, das hab ich ja. Ja. Standbild ist nicht Sinn der Sache. Creation Pack, naja. Hat nur ein paar neue Features hinzugefiegt. Es gibt den Gamer-Modus, ne, den ist da drin. Oh, 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 oh. Nein. Hm. Fast. Fast, 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 fast. Ja, er spielt hier auch gerade ein bisschen Raum. Das ist wirklich sehr merkwürdig. Okay. Ah. Gibt's spät gespeichert. Brrr. So, erstmal was essen. Dann... ...rein. Was ist das? Das war das Forschungs-Medikid. Jo, Nacht, die Razer. Viel Spatz. Jetzt gehen wir hier schnell. Wasch'n Schlampe an. Ja, hat eh eine Stunde. Soll ich erst auf der Richtung den Bildschirm anzeigen? Da. Ha, ha, ha. Ist nicht mehr der dritte Schlampe. Ich bin halt umgeblühen. Traum-Niveau gefährlich. Dann laufen wir halt etwas schneller hier durch. Ich kann es noch nicht ändern. Und hopp. Strahlungs-Niveau. Hopp. So. So. Yeah. So, den haben wir. Den haben wir. Wo ist der andere? Wo ist der durchsichtige? Den haben wir auch. Oh, schneller. Das ist das letzte Mal. Da. Nächste. Wo ist der durchsichtige? Nein. Ah. Ich glaube, dass wir es bisher geschafft haben, einigermaßen. Puh. Das ist doch gerade ausgeklumpft. Sechst. Päuschen. Ja, ich weiß, hier britzelt es. Was ist das denn für eine? Der hat meine Waffe aber kaputt. Oh. Fleisch klumpen. Und das dann? Dorn. Okay. So. Puh. Oh. zum glück steht er nicht wieder auf war ganz woanders naja egal so vier leute sehen mich oh nein ich hab den okay ich nehme die waffe runter hallo warum bist du so komisch im gesicht was da böse nicht voraus nein kannst du waffe runternehmen alles gut die nehmen wir hier noch mit tritt sei der jetzt hier na kannst du was erzählen da wollte ich reingucken was ist das denn die ist nix die nehmen wir mit das sind 539 4 den nehmen wir noch mit warum bewegt ihr euch gerade so schnell deswegen sehr nice ich gar nicht nett falschen an den falschen mann zu waffen und da gehe ich noch mal hin man ja immer mehr von den leuten ich bin mal ein pc mal deutsch starten bin gleich wieder da auch ein so ja 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 alles klar alles klar ihr braucht nicht mich angucken ihr könnt laufen so hier war noch einer so das war die waffe ja da hinten waffende hunde soll mir nicht wecken liegt denn da halt war 45 die sind noch blödsinn die brauche gar nicht nehmen weil ihr nehmt meine waffe nicht die können wir doch klick anlassen und dann sieht sie wieder aus ja 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 was war das ähm so ok so hat er das noch an bord f6 und weiter geht's war bei dem noch ein und noch eine zweite waffe mitnehmen das wird ein bisschen schwer vom gewicht auf weiter so wo wird geschossen dahin wird geschossen und schießt ihr auf mich ihr schießt in die andere richtung ok na dann geht das dann geht das und jungs und 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 dahin waren wir schon wir können auf alle fälle jetzt hier weiter laufen richtung wird das dauert jetzt wieder ein bisschen wenn in der zeit kaffee holen oder guten abend zusammen ich bin wieder eure keule ich bin wieder ein begleiter einfach mit dann sie hier ist gott und ja er spielt starker in der hölle unterwegs mittendrin fängt er an zu streamen das ist auch geil ja guten abend community bei keule es geil der unterhaltung ich kann dich ausblenden ich halte das nicht mehr nötig jedes mal wir hier reinkommen gute guck hier wie ich mich wieder ausgelassen habe wie das auf dem tisch aussieht grüße von sunny cat keule danke größe zurück ja ist ja gut mit einer baller war da hast du die dokumente also gut gezeichnet jetzt müssen wir uns nur um den schmelzer kümmern und den weg nach norden freimachen bist du bereit zu gehen du hast den schützenden prototypen du solltest an sofort den emissionen geschützt sein ich habe die koordinaten des bunkers denkt daran dass der prototyp dich nicht ewig schützen wird du musst den bunker also so schnell wie möglich erreichen und den brenner deaktivieren ich weiß nicht was dann passieren wird aber ich bin mir sicher dass es das wert sein wird mit sicherheit ok wir müssen also den schmelzer heißt es in schrift im brenner heißt es in ton genau es kommt noch ein zweiter hier ist das laufwerk ah jetzt abgerutscht so das brauche ich das brauche ich waffe so jetzt möchte ich gern handeln mit jetzt weiß ich auch was die drei striche da rechts heißen nämlich ich eigentlich nur das gehört kohle wie heu 160.000 ach komm die hast du irgendwo rumlegen die rubel ich habe knapp 54 ok musste mehr plündern ja aber was soll ich denn plündern ich weiß nicht bei den eiern also ein ghost anzug kaufen so den heilen der bäre behalten es ist schon geil auf dem ohr rechts hast du die dance musik und links hast du die russische musik rechts das essen nein geht weiter so was macht man denn noch wer diese waffe basiert auf den geräuschlosen winter scharschiffsen gewehr hat jedoch einen abklappbaren kolben so was mit dem da das gp3 aber wir nehmen die muni mit da unten die muni brauchen wir nehmen nur was zu essen mit er kriegt was ich bis nicht auf krieg die sachen in die hand gedrückt so das weg das weg das weg das weg da ist das schön wenn sich dämonen gegenseitig umbringen immer jedes mal das war bestimmt sein bruder im hintergrund genau mein bruder im hintergrund ja ich wusste so aufträge ich gehe jetzt erst mal hier oh gott da müssen wir wirklich weit laufen ok dann tun wir das dann tun wir das jetzt wie was ich habe nacht sich gerät dabei jetzt spiele ich das schon über zehn stunden ich habe das nacht sich gerät nicht gefunden äh sammelsurin du kriegst das höchstens nur mit einem bestimmten equipment und sie ich habe auf n gedrückt dann kommt es ja du musst aber ein bestimmtes equipment halt haben was hab ich das hast du nicht schon anfang an ich habe gar nichts ja ach so warte mal du meinst der psyhelm ja ok 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 so wo müssen wir denn jetzt lang das war zu weit wir müssen dahin da mag noch jemand aufmerksamkeit haben ok die größte wir müssen nochmal so langsam die aufträge aus den ersten zwei drei vier fünf folgen ach so tschö äh folgen machen was das unscharf aber geil halt äh doch tschö 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 ach ja es geht auch nur tagsüber anscheinend mhm komm ich mach das licht an und jungs möchte hier gehen durch was 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 passiert wenn ich die treppe da drüben hochgehe und verarsche sie ok dann wie ich sag nix gutes mach mal das licht aus waffen hab ich zum beispiel jetzt keine in der aber die sind doch alle gut gesinnt normalerweise Bist du gestorben, oder was? Nee. Ich bin rote Gefallen, hängen fest. Okay. Ah, im Vanilla müsste das nichts Gutes sein. Ja, wir sind mal gespannt. Wir sind nicht ganz im Vanilla. Das hast du schon erkannt? Cool. Wieso ist es einer, der das mitgekriegt hat? Halt! Fremdwürfe sind hier nicht rein. Jawohl, halt. Ich komme auch nicht rein. So, leider Gottes normale Kippe, die andere sind am Aufladen. Die Sucht. Alles klar, ich haue hier ab. So, nochmal hier hoch. Da gehen wir hoch. Da gehen wir hoch. Hoppla. Hopp, hopp. Nein, ich fall jetzt nicht nochmal. Aber es interessiert mich schon. Hm. Da kann man auch nochmal reingucken. Ich habe sie sozusagen von hinten infiltriert. Infiltriert. Nicht. Was. So, Licht aus. Ich mich. So. Ich mich da. Und wieder eine kleine Geschichtsstunde. Komm, ich lasse mich hier fallen. Boing. 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 Okay. Eine links, eine rechts. Und da auch noch ein paar. Da hinten ist was offen. Geh mal da rein. Guten Tag. Werd ich jetzt abgeschossen? Oh. Oh, oh. Okay. Also hier ist jetzt zum Beispiel mal nichts passiert. Was wirst du? Die Tür aufmachen. Wieder zumachen. Was ich will. Ich brauche einen Auftrag. Ne, ich habe genug Aufträge im Moment. Du brauchst keinen Auftrag, du brauchst Money. Genau. Ich brauche keinen Auftrag, ich brauche Geld. Geld. Oder in diesem Fall sind es ja Rubel. Oder auch Rubel. Der Rubel rollt. So heißt es richtig. In diesem Fall läuft er aber. Und strahlt von sich hin. Okay. Okay. Ah, 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 au. Einen. Das kommt ja doch da hinten. Oh, oh. Das ist wieder mal nichts Gutes. Okay, drei Tote haben wir. Hier. Stomp the Yard. Kommt noch einer? Da ist noch irgendwo einer. Der ist weg. Der ist weg. Da. Wir dürfen halt jetzt kein Quicksave machen, wenn wir nicht mehr zurückkommen sollten. Du auch noch. Oh nein. Die brauche ich gerade nicht. Also bis hier kommt jetzt. Da vorne ist noch was. Guck mal was die im Gepäck haben. Du auch noch. Ach, die haben die falsche Waffe. Ich habe wohl etwas geräumt. Genau, zwei Kolosse gegen mich, ne? Oh, oh. Ja, das kann ich auch gerade sagen. Ja, mei. Das ist hinter sich. Das schock ich auch noch. Der hat ja Waffen. Schick. Das ist cool. Nein, 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 nein. Nein, nein. Wo? Aua. Hallo? So, wo bin ich jetzt? Hallo? Ah, gehen Sie die Treppe weiter rauf. Alles klar. Da hinten ist noch irgendwo einer. Ah, mein Zuhause. Kehre zum Mars zurück. Ja. Gehe du mal zum Mars und ich räume hier das komplette Lager leer. Ich habe, glaube ich, alle gegen mich. Warum tust du so etwas? Ich habe Bock drauf. Beziehungsweise wen hast du schon wieder die Brieftasche geklaut? Den Söldnern. Ja, ich war böse. Keine? Nein, kommt keiner. Yeah. Also eigentlich habe ich schon Bock auf die Waffe. Irgendwie doch nicht. Oh, es regnet es wieder. Noch jemand? Was ist das? Hölle auf dem Mars. Ich bin zurück. I'm back, baby. Okay, hier ist nüchter. Wir gehen mal da rein. Oh, oh. Ja. Ja. Hab ich. Brauche ich nicht. Oh, wo, wo, wo. Was? Granate? Löff auf. Boah. Boah. Was geht, wenn? Ich sehe dich hoffentlich bald. Oh, wo bist du? Nicht abhauen. Abgehauen. Ey. Da. Ich möchte da runter. Möchte da runter. Ach so. Den wollte ich noch angucken. Nein. Ja. Oh, oh. Okay, hier ist offen. Oh. 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 Ist. Aber ich sage ein Licht ausgepustet. Licht aus. Spot on. Okay. Cool. sowas machen meine waffe die noch die geht noch schalter jetzt hast du ja 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 doch okay jetzt sind wir hier durch damit hätten wir das nächste secret level gefunden du hast was gefunden ich habe auch was gefunden was hier nicht vanilla ist eine truhe ach wieder nichts drin nichts gescheit die frage ist jetzt die wenn ich jetzt zurück geiles bild war herrlich geht ihr das auch ja geiles bild ja screenshot machen da woher ist die waffe drin ach so wenn doch die waffe rausnehmen spät kommt blitz noch mal auf blitz auf so schnell komme ich gar nicht hinterher so muss nach links ich habe jetzt auf alle fälle meine waffe schon mal einstecken da ist jemand böse auf mich der ist gerade weggegangen weiß noch nicht wo ist ich stehe hier scheiß ungünstig ach der ist da drin ja das ist mir egal genau ich lauf 80 kilometer innerhalb von einer halben stunde guten abend haben wir auch immer dazu gekommen ist oder was ich habe einen neuen kampf für dich ähhhhh nein oder du brauchst geld dann mach halt erzähl weiter dein erster kampf also dein gegner ist ein stück fleisch genau wie du er ist hier weil er den schulden hat und er hat zwei möglichkeiten win or loss oder in der nächsten anomalie landen er wird kämpfen wie ein tier das ist das in der ecke gedrängt wurde waffen für heute lassen mich nachdenken ach ja warum nehmt ihr nicht zwei warum nehmt ihr zwei nicht pmms zwei magazine für jeden sollten mehr als genug sein entweder du machst den fertig oder wir verfüttern dich an die hunde keine große auswahl na macht schon ich bin bereit ach du scheiße das habe ich ja noch nie gemacht äh waffe ja toll so weit oben da komme ich doch gar nicht ran ist viel waffe 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 ach jetzt komme ich ran ey was soll ich denn mit dem mickrigen ding hier hallo uh ne ich habe hier echt so eine mini pistole da ist er da ist er da bin ich noch nicht sehen wie das war alles was habe ich gewonnen Scheint so. Du hast gewonnen. Hier ist deine Belohnung. Erzähl weiter. Tausend! Tausend. Tausend. Wollen wir noch eins? Eins, Marisch, noch. Oh, ich glaube, wir haben andere Waffen diesmal. Ja. Das steigert sich von Mal zu Mal. Cool, danke. Wo ist die Sau? Komm schon. Was? Kriege ich ihm ins Gesicht? Oder schieße ich ihm ins Gesicht? Was? Wo? Da. Yes! 20? 2000? Nee, jetzt reicht's. So, ich hätte gerne meine Muni wieder. Äh. Äh. Hallo? Ah! Der Truh liegt alles für mich drin. Nee, külkülkülkül. Möchte gerne alles auf einmal nehmen. Achso, da steht's doch. So. Klasse. Die Tür ist abgeschlossen. Okay. So, wir gehen jetzt hier raus. Oh, da ist immer noch echt ein Herr Böse auf mich. Soll ich mal da reingehen? Guck den. Ach ja, ich hatte erst den komplett alle Button. Wo ist er? Er ist bestimmt hier hinten irgendwo. Boah. Na, wo steckst du? Machen wir das doch lieber ohne Licht, ey. Da oben. Hallo? Das war aber. Entschuldigung. So, Waffe weg und wieder hier raus. Mhm, 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 mhm. Mhm. Äh, äh, nein. Äh, oh, du bist böse geworden? Okay. Jetzt muss ich erst nochmal gucken, wo wir sind. Wo sind wir denn? Da will noch jemand schruten. Kriegste. Okay, ich muss da unten raus. Äh, äh, die Richtung? Die Richtung. Da schruten wir mal an. Mhm. Jetzt ist doch gar nicht raus. Doch. Kommen wir doch wieder in die Kneipe. Ich will doch gar nicht in die Kneipe. Ich will hier raus. Hahaha. Ach so. Äh. Ist doch irgendwie noch weit. Klar, ich muss doch hier durchlatschen. Da oben liegt ja die arme Sau. Naja, Pech. So. Guten Tag. Oh, oh. Händen Sie mich, Pyra, Kapitän. Natürlich jetzt echt doof, dass ich mir die voll zum Feind gemacht habe. Ich will mich nie raus. Die umbringen. Hallo. Einmal. Ne. Alle umbringen. Alle. Einmal. Ja, ich will das doof durchziehen. Ich habe den Savegame noch nicht gemacht. Wir können das auch noch umdrehen. Wir können das später auch noch umdrehen. Was ist denn? Hallo? Oh. Komm, zeig dich. Wo willst du hin, Mädel? Komm her. Hier, vielen Dank. Komm, zeig dich. Berserker. Berserker. Yes. Okay, wir sind im Dunklen. Was würde passieren, wenn ich jetzt so weiterlaufe? Habe ich sie generell ständig gegen mich? Oh. Nein, so. Oh. Oh. Ich hab ihn nicht ausgesprochen, du weißt nicht. Jetzt ist es noch geschafft. Jetzt abwischen. Alter, es ist schwer, es kommen die Hunde wieder. Ja! Okay, alle Wächter, restlos alle Wächter sind dann gegen mich. Gut, dann laufen wir jetzt mal weiter. Wir gucken, wie wir hier rauskommen. Was beim nächsten Tor passiert. Wenn beim nächsten Tor wieder Wächter da sind, entweder ziehen wir es komplett durch oder wir ziehen es nicht komplett durch. Gehen wieder auf den Safe-Game zurück. Oh, das wäre schon geil. Das wäre schon geil. Oh, das wäre schon geil. Untertitelung des ZDF, 2020